Er blüht und zahme. Ne, du witzig. So. Oh, das ist ein Jungleman, oder? Oder warte mal, ist das gar kein Jungleman? Wenn nicht, glaube ich, ist das schon sehr geil für mich. So, Mensch, aber es ist nicht so einfach für Siders zu spielen. Du musst wissen genau, wann du engagen kannst. Du musst mal ein paar W nehmen. Ja, okay, ist kein Jungleman. Sehr geil. Ich weiß, dass das Elbe ist. Nur, ich bin für kauten. Ries! ich bin ich lasse sie nicht aber auch nicht es ist schon sehr gut würde jetzt sofort ihn zu diven ne das ist ein bisschen vorsichtiger spielen ich habe gesehen er war das die ganze zeit bestimmt besser spielen müssen, ne, dass ich da einen Free Reset reinkriege während der TP's. Jetzt sind wir leider ein bisschen behind' sogar. Ich bin mir auch sicher, das könnte auch mein Jungler machen, dass wir da entweder mit Depri was tun oder ihn diven oder so. Oh mein Gott, ich denke... Oh mein Gott, das wäre so schlecht, dass ich denke. Also Karzik des Tarnoombs ist wahrscheinlich der zweitbeste Karzik auf dem Server, macht mir obviest nicht. Oh shit. Er hat keinen Flash, ne? Ich dachte, das wäre ein scheiß dummer Bart, dass er nicht den Harry probiert zu matchen. Er probiert mich zu ulten. Ich will nicht auto-hüten. Er tut's. Er ist ganz knapp nicht in Outback-Range. Okay, haben wir alles. Bisschen Glück, dass er das nicht dahin gerombt ist, weil sonst wäre unten wahrscheinlich triple tot. auf der erste. New game. Okay. Ah scheiße, das wie kann ich aber runter rennen. Okay, wir gehen das so. Okay. Nice. Sehr schön gespielt. Das war auch 4G5, warum haben die so etwas contested? Ich hab Urlaub mit der Berater rein. Okay. Wait. Ich hab mir aber nur noch der Helm. Das ist seine Entscheidung runter zu rennen, ich meine. Okay. 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 gg Geh geh Leute, let's get it